Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Talbachso. Wir legen wieder los. Jetzt müssen wir zu einem anderen Ausgangspunkt fahren. Dabei schon mal etwas umtütteln. Die GBS-Linie können wir jetzt ausmachen. Jetzt fahren wir mit Sporreiser. So, jetzt müssen wir uns hier durchgekommen. Irgendwie hintütteln. Das ist ja schon ein Problem. Stein voraus. So, Sporreiser müsste der sein. Entschuldigen können Sie den Spaß absenken. So weit ran fahren, wie es geht. Vorreiser rein, mal schnell. Ich will jetzt ihn ausheben, weil ich mich schon gut verbrachten, dass ich da vorrisch im Dingspunkt bin. Da. Oh. Ich passte mit dem Baum gerade zu. Oh, das könnte schon wieder enger werden hier. Nutz auch. Vorreise rein. Gewitter Stein. Also ich weiß nicht, ob es die erste Bahn ist, die ein kleines Sogenkind ist. Ich habe noch keine andere Umsetzung gefunden, die ich da hinkriege. Wird es geben, aber ich habe sie noch nicht gefunden für mich persönlich. Daher machen wir das so. Und hoffen wir auf das Beste. Oh, das war knapp. Das war gerade äußerst knapp mit dem Baum. Wird man noch mal sich das Glück haben? Ja. Ich bin ein kleines Himmel. Ich bin ein kleines Himmel. Ich bin ein kleines Himmel. Oh. Einmal bis hier hin bloß und langsmal die Sporreißer rein und heb aus. 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 10 11 15 15 16 23 24 25 25 25 25 30 30 31 31 31 32 Untertitelung des ZDF, 2020 So, um hier, weiter ausholen, so passt. So, das war's mir ausgesetzt. Da gibt's wahrscheinlich kleine Bodenwellen. So, um den Sprorreiser rein. Und ausheben. Da war der Stein. Ich hab grad was gesagt, aber da knifst du mir mal lieber. So, runter. Let's go. So, um den Sprorreiser rein. So, um den Sprorreiser rein. Hebe aus. Und ins zurück. So, um den Sprorreiser rein. So, den Haustraum machen wir dann. Jetzt lebe ich nochmal aus. So. 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 So, jetzt machen wir nun eine schicke Ausfalt. So, jetzt machen wir noch eine schicke Einfahrt wieder. So, jetzt muss ich mal wieder die Linie anmachen. Und einen GPS-Kurs laden. Das Ganze vergessen. So, und weg. So, da ist noch eine Ausfahrt, die machen wir gleich mit schicke. So, jetzt muss ich einfach hier auf die Wände. Und so einfach auf die Leitplanke. So, ich habe jetzt noch 4% Dünger. So, das muss aber reichen. So. Liegen natürlich Dinger auf dem Stack hier oder was? Also hier ein Feld zu haben ist der Bescheiden. So, wir haben unser Bestes. Aber ich behaupte immer, ich habe es gut gelöst gekriegt. Weil ich doch umgekehrt kommen sollte. Weil ich zwar nicht glaube, weil ich gepflügt habe. Aber man weiß ja nicht. Aber ich weiß ja nicht. Bis zum nächsten Mal im Laufe. Alles zur Seite. Ich weiß schon Herrlich, und ganz sicher! Es geht wieder los und wie hier. Ich bin 들 cupgel. So. Jetzt haben wir doch schon mal eine Gesäte mit hier. So, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Jetzt können wir uns zum Walzenbereich machen. Wir sehen uns hier wieder. so waschen und dann ist es schnappen die walze das ist schon mal eine andere maßnahme gerade gut haben wir hier am hoch aber den rest nicht mehr harmonisch und das haben ich kalt an die tscherz ich mach mal die linien aus die öffetieren mich bloß so jetzt sauber So, wir sind aber auch schon wieder am folgenden Land gekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Tatschau sagt euer Jaso.